Ja, Hallihallo, er ist Gimli, die Mutti ist Arwen und Erwin, die Schwester, zusammengekommen. Gimli ist eine Rüde, ja, er hat einen kleinen Nagelbruch, aber das muss jetzt nicht operieren, nur mit Kastratio. Also, Schulterhöhe ist 26 und er ist 4 Kilo, circa 4 Kilo. So schön. Beide bleiben kleine, ja, die Mutti ist auch sehr, 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 sehr kleine. Ja, machen wir gerade jetzt einen Kassetest für Gimli. Gimli, Gimli, Gimli. Ja, du kommst auch, bitte.